Ja hallo, wir haben eine neue Arduino IDE und ich möchte euch erklären, wie ihr die installieren könnt. Dazu bin ich angemeldet mit meinem Kinder-Account, also ein eingeschränkter Account, damit wir auch sehen können, was da passiert und an welchen Stellen ihr eure Eltern dann fragen müsst, wenn es darum geht, die Sachen zu installieren. Wir schnappen uns zunächst mal einen Browser, zum Beispiel den Firefox und wir tippen Arduino IDE und da seht ihr schon, es gibt auch Vorschläge mit Download, aber Arduino IDE reicht grundsätzlich. Dann, wenn ihr das erste Mal bei Google seid, könnt ihr Cookies akzeptieren oder auch ablehnen. Ich lehne immer alle Cookies ab. Ich möchte das nicht, dass ich da im Internet verfolgt werde. Also alle Cookies abnehmen, abnehmen, mein Gott, ablehnen. Und das erste Suchergebnis müsste eigentlich auch Arduino CC und Software sein. Da könnt ihr draufklicken und auch auf der Arduino Seite gibt es natürlich Cookies, gibt es ja kaum Webseiten ohne Cookies. Also da nehmen wir auch nur die nötigsten. Und wir haben jetzt hier Arduino Download, Arduino IDE 2, das ist also die neue, bisher hatten wir irgendwie 1.18 oder so. Jetzt also Arduino IDE 2.0 und wir sehen hier Download für Windows 10 64 Bit. Das ist genau das Betriebssystem, was wir beim Roboter basteln haben und was ihr wahrscheinlich auch zu Hause habt. Also dann könnt ihr hier draufklicken. Dann kommt nochmal eine Frage, ob ihr die Arduino IDE unterstützen wollt, indem ihr eine Spende tätigt. Ihr als Kinder braucht keine Spenden tätigen, würde ich mal sagen. Das könnt ihr den Erwachsenen überlassen und dann klickt ihr einfach auf Just Download. So, das dauert dann eine Weile, bis es runtergeladen ist und wir können es im Anschluss danach diese Ecke, also dieses Setup für die Arduino IDE, dann auch öffnen. So, dann brauchen wir den Browser nicht mehr. Wir haben hier die Lizenzbedingungen. Das ist ein bisschen seltsam, dass hier ein Teil Deutsch, ein Teil Englisch ist. Im Wesentlichen, naja, wird euch überhaupt nichts garantiert. Es gibt keine Garantie, dass die Arduino IDE irgendwas tut, dass die funktioniert oder so. Da können Fehler drin sein. Das ist das eine, was hier drin steht. Zum anderen könnte es im schlimmsten Fall sein, dass ihr irgendwie Daten verliert und so weiter. Und auch dafür möchte der Hersteller von dieser Arduino IDE keine Haftung übernehmen. Das ist aber üblich so für kostenlose Software. Ja, also jemand, der Software kostenlos hergibt, der will dann auch nicht irgendwelche Kosten haben, wenn irgendwas kaputt geht. Also von daher könnt ihr das hier annehmen. Und dann gibt es hier zwei Möglichkeiten. Ihr könnt das für alle Computer, für alle Benutzer installieren. Dann braucht ihr Administratorrechte oder nur für euren Kinderaccount, also nur für euch. Wir werden aber schon sehen, auch da braucht ihr eure Eltern- und Administratorrechte am Ende, wenn es darum geht, Treiber zu installieren. Dennoch wähle ich jetzt mal hier nur für mich den Kinderaccount aus. Das Installationsverzeichnis lasst ihr am besten auch so, wie es ist. Und wenn es irgendwelche Probleme gibt und andere Leute euch versuchen zu helfen, dann ist es geschickt, wenn die Sachen einfach dort sind, wo sie normalerweise sind und nicht irgendwo komplett woanders. Von daher lasst ihr das am besten auch so. Dann könnt ihr schon auf installieren klicken. Der erste Progress-Balken sieht so aus, als sei es sofort fertig. Dann kommt aber gleich ein zweiter und der dauert dann ein bisschen länger. Jetzt haben wir 13.54 Uhr. Ich blende hier mal die Uhr ein, damit wir sehen können, wie lange das Ganze ungefähr dauert. Und ich schätze mal, ich werde das Video etwas beschleunigen, dass ihr hier nicht so gelangweilt vor dem YouTube-Video sitzt. Solche Fortschrittsbalken zu implementieren ist nicht ganz einfach. Jeder, der das selbst schon mal versucht hat, einen ordentlichen Fortschrittsbalken zu programmieren, der wird feststellen, dass es ganz schön viele Schwierigkeiten gibt, das richtig hinzukriegen. Ja, also da könnt ihr Kinder euch, also Erwachsene würden sich jetzt einen Kaffee holen, ja Kinder vielleicht noch nicht. Das scheint doch ein paar Minuten zu dauern. So, jetzt geht wieder was und dann fängt der Fortschrittsbalken nochmal von vorne an, hört bei 70% auf und ja, aus Erfahrung kann ich sagen, hier wird er nochmal eine ganze Weile stehen bleiben. So, dann hat er es endlich geschafft. Die Installation ist fertig. Bis hierhin braucht ihr noch keine Administratorrechte. Das kommt interessanterweise erst danach. Ihr lasst am besten hier diesen Haken drin bei Arduino IDE ausführen und klickt einmal auf Fertigstellen, weil dann kommen nämlich noch die nächsten Schritte. Und hier braucht ihr dann unter Umständen eure Eltern, wenn nur eure Eltern einen Administrator-Account haben. Es dauert beim ersten Starten auch noch ein bisschen hier, bis die Arduino IDE einmal aufgeht. Sieht erstmal so aus, als ob gar nichts passiert. Aber noch ein bisschen Geduld, so, da ist es schon. Arduino IDE startet sich zum ersten Mal und jetzt passieren genau die Dinge, wo wir jetzt dann Administrator-Zugriff brauchen. So, da haben wir zum einen einen Firewall-Hinweis für MDNS Discovery und da kommt gleich noch ein zweiter. Und da ist er schon. So, und zwar seht ihr hier einmal die Arduino IDE, Arduino IDE Exe. Die möchte einmal Internet-Zugriff haben. Und bei euch ist es wahrscheinlich so, dass ihr eher hier das Häkchen bei privaten Netzwerken habt und nicht bei öffentlichen Netzwerken. Auf meinem PC brauche ich aber öffentliche Netzwerke. Und hier seht ihr diesen Button mit dem Schild-Icon vorne dran. So, und während ich gerade am Erklären bin, kommt noch was anderes hier von, auch wieder von dem User-Account-Control, also von der Benutzerkontensteuerung, DP-Inst-AMD64. Vielleicht heißt es bei euch, je nach Rechner auch anders, aber wahrscheinlich DP-Inst-AMD64. Das hier sind jetzt die Treiber für eure Arduinos und hier braucht ihr jetzt die Berechtigung von euren Eltern. Also einen Administrator, der heißt bei mir Demo-Admin jetzt hier und von dem braucht ihr dann das Passwort. So, und dann kommen die Treiber-Installationen. Da warte ich jetzt gleich mal noch. Jetzt sind die im Hintergrund, oder? Ja, na super. Also, dann machen wir hier kurz die Firewall-Sachen fertig. Also bei euch kann es sein, dass hier nur private Netzwerke ein Häkchen drin ist und nicht bei öffentlichen Netzwerken. Okay, ist okay, könnt ihr Zugriff zulassen und da braucht ihr jetzt gleich dann wieder das Kennwort von euren Eltern oder vom Administrator zumindest. So, ich bei mir zusätzlich öffentliche Netzwerke, Zugriff zulassen und wieder vom Administrator das Passwort. So, dann geht dieses Dings hier weg. Hier haben wir noch eine zweite Firewall-Meldung für ein anderes Programm namens MDNS Discovery und wahrscheinlich genau das gleiche bei euch hier private Netzwerke. Ich brauche zusätzlich öffentlich. Und das ist jetzt ein zweites Programm für Over-the-Air-Update, also OTA-Updates, wenn man Arduinos über Wireless updaten möchte. Also nicht über eine USB-Verbindung, sondern über eine Wireless-Verbindung. Das haben wir noch nie gemacht. Werden wir wahrscheinlich auch nicht so schnell machen, aber nur damit ihr wisst, wofür das gut ist. Also dieses MDNS Discovery ist für diese Over-the-Air-Wireless-Updates von eurem Arduino. Und auch da könnt ihr den Zugriff zulassen. Passwort eingeben, dann verschwindet es. Dann haben wir vorher angefangen, Treiber zu installieren. Das war dieses dp-inst. Und das sind jetzt hier, kommen mehrere Meldungen hintereinander für unterschiedliche Com-Ports. Das sind die Treiber für eure Arduinos, dass die am USB-Anschluss auch erkannt werden. Und die könnt ihr auch installieren und diesen Sachen hier auch vertrauen. Und das ist okay. Also einmal installieren. Arduino USB-Treiber installieren. Und jetzt kommt noch einer, anderer USB-Treiber. Und wir haben ja noch viel mehr, die ihr von unserer Webseite downloaden könnt. Für unseren Roboter und so weiter. Und so ähnlich sind es hier auch unterschiedliche USB-Treiber. Und die kann man alle installieren. Genuino noch, auch installieren. So, und jetzt braucht der, dieses dp-inst aus irgendeinem Grund nochmal ein Passwort. Und dann sind die Treiber soweit installiert. So, und jetzt habe ich so lange gesprochen und so lange gebraucht, um diese Sachen, die da auftreten, zu erklären. Dass er in der Zwischenzeit jetzt gedacht hat, dass er keinen Zugriff aufs Internet hat. Ja, weil die Firewall das noch blockiert hat. Das kann man so beheben, dass man die Arduino IDE einmal neu startet. Und dann wird er beim nächsten Neustart diese Bibliotheken wieder runterladen. Da wird er jetzt hier, genau, also da sieht man jetzt, jetzt lädt er hier irgendwelche Sachen runter. Oder jetzt ist die Firewall auch so konfiguriert, dass er Zugriff aufs Internet hat. Die Sachen werden runtergeladen und installiert. Und dann könnt ihr die Arduino IDE benutzen. Das sieht ein bisschen anders aus. Das habt ihr vielleicht schon gemerkt. Ja, die Buttons hier sind anders. Wir haben hier, das ist eigentlich die beste Verbesserung, dass man hier direkt sein Board auswählen kann. Das ist nicht mehr so kompliziert wie früher. Das ist schon mal eine sehr schöne Änderung. Auch für die Bibliotheken, wenn man die hier durchsuchen möchte, das geht deutlich schneller als früher. Das sind so mal zwei Highlights. Aber ich glaube, die Änderungen von dem neuen Arduino IDE im Vergleich zur Arduino IDE R1.18, die wir bisher benutzt haben, die erkläre ich besser mal in einem separaten Video. Ja, auf jeden Fall, jetzt wisst ihr, wie ihr die Arduino IDE 2.0 installiert. Ich wünsche euch schöne Projekte, dass die funktionieren und dass ihr da viel Spaß damit habt. Und wir sehen uns vielleicht mal in einem anderen Video, wo wir noch die Unterschiede zwischen Arduino IDE 1 und 2 genauer betrachten können. Also viel Spaß und tolle Projekte. Bis bald. Ciao.